Okay, hey hoher zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thiefgoat. Oh mein Gott. Heiliger, das geht ja gut los. Ähm, kleinen Moment, ich muss mir kurz noch den Timer stellen. Verdammt, hab ich vergessen. Damit ich wieder ungefähr bei 20 Minuten Cut machen kann. Weil, ihr wisst ja warum, mit so. Oh Gott, Mann, haben die mich jetzt erschrocken. Ähm, ja. Gott, hier ist überall so hell. Jetzt rennen die da oben rum. Ich hab keine Ahnung, wie die rennen und wo die... Ich hab Angst. Ich würde mich sehen. Oh mein Gott. Ja, da oben sehen die mich bestimmt. Och, Mann. Okay, schnell. Ah, jetzt hab ich natürlich die Tür offen gelassen. Scheiße. Okay, Moment. Äh, zu. Sehr gut. Ich höre jemanden. Ich höre jemanden. Ah. Okay. Hm. In Ordnung. Oh. Ah, fuck. Hier kann ich nicht durch. Da kann ich nicht durch. Fuck. So, Lady, wo packe ich dich jetzt hin? In den Ofen. Nein, das will er nicht. Ja, nein. Okay. Ja, gut. Passt. Äh, irgendwas von Wert hier? Nein? Super. Ah, hier ist aber Schatten. Sehr schön. Dann kann ich mal kurz, äh, quicksafen. Oh, hat das funktioniert? Ich weiß es nicht. Oh. Scheiße, die zwei. Oh, nein. Boah, warum müssen die auch die ganze Zeit zusammen durch die Gegend rennen? So kann ich die doch nicht niederknüppeln, Mann. Oh, scheiße. Die haben mich entdeckt. Hey, wenn ich dich find, ich werde meine Zeit mit dir nehmen. Hör auf, wir haben einen Intruder. Okay, ich werde jetzt was ganz... Obwohl, das geht auch. Ich darf ja eigentlich... Ach, Mann, jetzt muss ich wieder töten. Toll. Okay, einer hab ich noch. Los! Nein, zurück, zurück. Bleib stehen. Stehen bleiben, stehen bleiben. Und? Nein! Lauf zurück! Scheiße, Mann, das ist meine letzte Mine. Ja, sehr schön. Und? Danke sehr. Naja, ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Ecke, um die zu verstecken, aber... ...blieb nichts anderes übrig. Jetzt hab ich halt doch wieder getötet. Ach, Mann, ich komm hier einfach nicht ohne Töten weiter irgendwie. Das ist voll schrecklich. Ich hoffe, bei dem anderen Spiel wird das nicht so sein. Au! Oh. Oh, Fliesen. Verdammt. Hopp. Fliesen sind laut. Sehr laut. Ist hier Schatten? Nein. Ja, aber, oder? Ja. Wonderful. Äh. Wie sieht's aus mit dem Schnellspeichern? Macht er das, oder macht er das nicht? Egal, ich speichere einfach mal normal. Oh. Das wäre bei einer schiefgelaufen. Safe. Continue. Okay. Jetzt haben wir hier zwei Türen. Hiiii. Gehen wir erst mal zu der, die näher ist. Oh, Mann. Okay. Sieht... ...n bisschen nach diesen Tischen oben im Casino aus, ne? Wow! Wie awesome war das denn? Wie hab ich das gemacht? Das war cool. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich's gemacht war. Oh. Mine? Da war noch irgendwas. Oh, noch ne Mine. Oh, toll. Jetzt hab ich meine Minen wieder. Ähm. Dann... Dann... Okay, hier scheinen keine zu sein. Ich hab aber auch nur noch zwei Wasserpfeile. Das ist nicht gut. Oh, ein schwebender Tisch. Ah ja. Hier ist die Platte egal. Wo sind die hier? Sieht noch... ...Badezimmer aus. Ah, Wasserpfeile. Waaah! Oh mein Gott. Einmal. Was? Nur einer? Oh, Scheiß. Okay, jetzt bin ich auch hier bei den Tischen, richtig? Ja. Okay. Heißt, ich bin einmal rund... ...zu die Tür. Und hier... ...bin ich jetzt wieder draußen auf dem Innenhof. Einziges Problem an der Sache. Dass ich befürchte... ...eventuell gesehen zu werden. Ich wette, ich muss nach oben. Aber hinten ist auch noch ne Tür. Okay. Kann mich hier irgendwer sehen? Ich weiß es nicht. Probier's mal hier. Au! Hauli! Okay, hier geht's auch weiter. Schöne dunkle Ecke suchen. Kurz speichern. Und weiter geht's. Irgendwie klappt das mit dem Schnellspeichern anscheinend nicht mehr so wirklich. Dunkel? Dunkel. Sehr schön. Äh, auf dem Tisch ist nichts. Das sind wieder zwei Türen. Oh. Tür zu. Ja. Noch ne Tür und noch ein Gang. Gehen wir aber erstmal diese Tür hier entlang. Oh. Ich hab das Gefühl, hier schon mal gewesen zu sein, oder? Oder nicht? Doch, ich war hier doch schon mal. Natürlich war ich hier schon. Ach, Mann. Warum bin ich da nicht den Weg entlang gekommen? Doch, das waren die Türen. Okay, ich glaube, ich muss nach oben. Go, go, go. Oh, die geht ja mal nach innen auf. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Die dürfen mich ja nicht sehen, die Herren. Die Türen wollen heute irgendwie nicht so, wie ich will. Hier bin ich wieder bei den Fliesen. Schön, dass ich hier nie nach oben geguckt habe. In Ordnung, ich gehe jetzt hoch. In der Hoffnung, dass ich die beiden, die hier immer rumgerannt sind, damit jetzt ausgeschaltet habe, da oben. Okay, hört sich noch alles still an. Mal noch. Schöne viele dunkle Ecken. Okay, das hört sich nicht mehr so still an. Da läuft einer rum. In Ordnung. Kriegen wir. Den kriegen wir. Oh. Ich speichere an dieser... Ich kann an dieser Stelle nicht speichern. Okay. Schlafende Wachen. Hauptsache, er schläft mit Schwert. So paranoid, mein Freund. Fleischbomb. Oh, hier zu machen. Vorsichtig. Vorsichtig. Und mit dem Kopf auf der Decke. Achso, ich glaube, es ist... Nein? Ist offen. Tatsache. Healing Potion. Okay. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Ah, hier geht es, glaube ich, wieder runter. Das ist gleich dann mein Fluchtweg, sozusagen. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich dem Typen nicht direkt in die Arme laufe. Ich glaube, er entfernt sich gerade. Oh. Es ist nicht dunkel. Es ist, verdammt nochmal, nicht dunkel. Ach, doch. Halbwegs. Puh. Okay, ich hoffe, er sieht mich nicht. Er wird mich sehen. Hundertprozentig wird er mich sehen, oder? Nein, er wird mich nicht sehen. Okay, danke sehr. Ich weiß nicht, ob das der Einzige war. Ich glaube, zu wissen, dass hier noch einer rumrennt. Oh. Ja, ich wusste es. Kommt der auch hier rüber? Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ach, komm schon. Nein, der ernt da rein. Äh, verdammt. Okay, kurz speichern. Hier kann ich nämlich speichern. Das ist in Ordnung. Und dann kann ich mich mal auf den Weg darüber begeben. Ich hoffe allerdings wirklich, dass das hier jetzt dann tatsächlich der Einzige noch ist. Ich hoffe, der kommt nicht zurück. Kommst du zurück? Nein, du kommst nicht zurück. Okay. Ich bin mir sicher, dass der auch irgendwie hier durch die Räume rennt. Deswegen muss ich mich eventuell ein bisschen beeilen. Und definitiv hoffen, dass ich ihm nicht irgendwo in die Arme renne. In die offenen, noch ausgestreckten... Oha. In freudiger Erwartung... ...meiner Gefangennahme. Oh Gott. No! Oh mein Gott. Jetzt soll man das Schwert bereithalten, hä? Wer läuft gar nicht hier? Nein, der läuft rein. Puh. Oh mein Gott. Der hat mich jetzt wirklich verdammt erschrocken. Ah. Wenn ich mich nicht ganz irre... Ehm... Ist ja wieder irgendwelche Ausgaben wahrscheinlich. Okay, bin ich wieder in den Bad? Oh Gott, will ich aber gar nicht hin. Ich kann nämlich... Ich würde ganz gerne... Ah! Aber wo ich jetzt schon mal so viel... Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Er sieht mich. Einen kleinen Moment, ich muss noch mal ganz kurz... Er hat mich nicht gesehen. Wonderful! Ich wollte jetzt eigentlich zu den Healing Potions... Da! Nein! Aua! 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 Gleich noch einen hinterher, hm? Ho! Lee! Nein! Stirb! 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 Du mieser... Dreckiger... Wachmann! Sehr gut, der Wachmann gehört ja zu den Downwindern. Scheiße, Mann! Tut mir leid, wenn ich immer so fluche, aber ich will nicht! Ach Mann! Das ist doch kacke! Okay, naja, zumindest habe ich jetzt meine Ruhe. Huch! Warum ist denn hier zu? Ist da irgendwas Wichtiges drin? Nicht, dass das jetzt die andere zu... Ne, Badezimmer kann ja gar nicht sein. Hm... Boah, ist so geiles Wetter heute draußen, ey. Ah... Noch mehr Wasser fallen? Nein? Toll! Naja... Immerhin... Zu! Ah ja, hier ist die. Warum gehen die Türen neuerdings irgendwie nicht mit? Ah, ist ja auch egal. Ich muss die ja eigentlich auch nicht zumachen gerade. Okay, wo war der schlafende... Tu nicht gut? Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu nicht gut bin. Ach, hier. Genau, hier war der und hier geht's dann runter. Okay. Ach... Wieder zumachen. Mhm. Okay, hier geht's dann noch zurück. Sehr schön. So, jetzt muss ich nur noch... ähm... Ja, den Weg zurück zu der Vase finden. Aber genau das ist mein Problem, meine Freunde. Einen Weg zu finden, den ich offiziell eigentlich schon mehrere Male gegangen bin. So. Ich glaube, es geht hier lang. Ich glaube, das wird jetzt noch relativ lustig, aber ich fürchte, also ich werde mit Sicherheit diese Mission jetzt in dem Part abschließen. Äh... Es sei denn, ich muss noch... Kleinen Moment. Muss ich noch raus? Get back to the street. Ja, gut. Komm, pass. Wupp. Wupp. Bäm. So. Okay, diese Wege hier sind natürlich der absolute Horror, weil ich mich hier definitiv 20.000 Mal verlaufen werde. Obwohl nicht. Ich glaube... Hey. Oh. Ich glaube... meine Freunde... Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Oder? Ich weiß noch nicht mehr, ging es hier zurück oder ging es hier weiter? Hier ging es runter. Wieder in irgendeine Kanalisation? Wartet kurz. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir ein wenig unsicher, was die Wege jetzt angeht. Oh, die erschrecken mich aber auch immer so. Okay, hier geht es auf jeden Fall zurück. Das ist schon mal klar. Richtig. Bling. Das war Metall. Dann... Nicht hier, sondern hier. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ich freue mich gerade voll darüber, dass ich mich tatsächlich noch halbwegs an den Weg erinnere. Bei meinem awesome Orientierungssinn. Okay, hier, hier. Obwohl ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher bin, muss ich zugeben. Ich glaube nämlich... Hier dann jetzt... Nein, das sieht gut aus. Es sieht wirklich... gut aus. Hm, da geht es zum Casino zurück. Ich hoffe, ich habe hier schon vor Ruhe gesorgt. Alles andere wäre ziemlich fatal, glaube ich. War hier irgendwo die... Ich weiß es gar nicht mehr. Hier müsste die doch eigentlich irgendwo gewesen sein, oder? Ich... bin... jetzt... gerade wieder hier. Toll. Ah, jetzt laufe ich doch wieder im Kreis. Heiliger. Oh nein. Jetzt habe ich mir schon wieder verfranst. Okay, versuche ich es mal hier. Auch nicht schlecht, aber falsch. Vielleicht muss ich ja auch zurück zu diesem... Burgenfritzen da. Kleinen Moment, ich gehe nochmal hier lang. Ach, Blödsinn. Da lang, meine ich. So. Yeah. Wie geht es denn hier gerade aus eigentlich weiter? Ah, hier. Ja. Ich gehe dann einfach mal hier links. Und... Siehst du mich? Ich wette, du siehst mich. Ich wäre dir sehr verbunden. Ich wäre dir sehr verbunden. Okay, er geht gerade. Oh! Okay. Jetzt bin ich mir halbwegs sicher, dass ich richtig bin. Jetzt geht's nämlich... Oh. Hä? Ach ne, da unten geht's... Ah, ja, genau. Hier war was. Ah, meine Lieblingsstelle. Scheiße. Okay, ich bin schon bei 20 Minuten. Das macht aber überhaupt nichts. Denn... Okay, hier war aber nichts. Ich musste hier runter, richtig? Das war die Tür, die ich zuerst überhaupt nicht benutzen konnte. Huh. Hui! Entschuldigung. Tut mir leid. Bäh. Ich habe in meine Nase gejuckt. Ähm... Ging's hier oben irgendwo? Ja, hier ging's weiter. Ich bin mir wohl nicht sicher, ob's der richtige Weg ist. Oh, Mann. Bitte nicht. Mir fällt gerade auf, dass das genau die Gegend ist. Donner? Nein, zu Donner will ich doch gar nicht. Ich will doch zu Ruben. Oder? Oder hatte Ruben nur den Schlüssel? Ich hab's vergessen. Scheiße. Ach ja, die 100.000-Schalter. Ach, jetzt sagt mir nicht, ich hab den Weg schon wieder verpatzt. Mann, ich krieg zu viel. Okay, bevor ich hier jetzt noch drei Stunden rum irre. Ich will das aber auch nicht rauskatten, Mann. Ich weiß, das gehört ja eigentlich zum Let's Play dazu. Nee, da geht's zurück. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Und wieder heiteres herumgeirre. Oh, Momentchen. Oh! Sehr schön. Na gut. Immerhin ein kleiner Bonus dafür, dass wir hier so durch die Gegend irren. Wieder jede Menge Schalter. Hier ist die Dame. Die mich damals erschreckt hat. Aber hier geht's doch weiter, oder nicht? Oder hier? Hier. Aber jetzt bin ich wieder hier. Nein, das kann nicht sein. Was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Dann komm ich wieder hier hin. Hier bin ich wieder bei den Spinnen. Falsche Seite. Vielleicht sollte ich's mal in die andere Richtung versuchen. Ha! Na, jetzt hab ich wieder einen Feuerfall in der Hand. Jetzt bin ich wieder direkt sichtbar. Wo geht's hier hin? Nicht. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl. What? Warum höre ich hier jetzt eine Tür? Aha! Ich höre Wachen. Ach so, die da... Die da oben. Shit. Echt? Offensichtlich hat er mich nicht gesehen. Ähm... Lasst mich ganz kurz überlegen, wie es weitergeht. Okay, Freunde, ich habe den Weg gefunden. Wie ihr seht, ist da drüben der Bogenschütze. Ich bin wieder hierhin gekommen. Und zwar... Habe ich vorhin den Fehler gemacht, einfach wieder hier weg zu gehen. Obwohl es hier tatsächlich weiter geht. Los, komm schon. Jetzt überziehe ich die Folge ein bisschen. Also es wird eine relativ lange Folge. Aber ich möchte die Mission einfach jetzt ganz gerne abschließen. Und... Ähm... Ja, ich fände es einfach unnötig, wenn ich dann jetzt irgendwie nochmal so ein... Drei, vier Minuten Part machen würde, in dem ich dann die... Ne? Ihr wisst schon. Und so. Also. Ich hoffe, dass ich hier jetzt wirklich alle Wachen ausgeschaltet habe. Aber ansonsten... Wäre das wirklich dämlich. Okay, hier oben war nämlich die Vase. Ach, hört auf mit dieser Melodie, Mann. Und zwar... Genau... Hier. Tadaa! Okay, wo ist der Blauschlüssel? Da. Wuhu! Stille Seiten Garretts. Ich glaube, er will jetzt einfach nur noch hier raus. Kann ich aber durchaus verstehen. Will ich nämlich auch. Ähm... Now get back to the streets. Okay. Dann muss ich jetzt nur noch kurz hier raus. Oh, falsche Richtung. Ähm... Ja. Und dann ist diese Mission auch schon abgeschlossen. Es war eine ziemlich lange Mission, weil Gold-Mission halt leider... Äh, was halt leider... Ich finde es gar nicht so schlecht, dass sie relativ lang war. So hat man auch mal ein bisschen was zum Gucken gehabt. Ein bisschen was zum... Äh... Stöbern, sag ich mal. Hat ein bisschen was zu tun. Ich finde so kurze Missionen sind ja auch immer ein kleines bisschen langweilig. Aber... Äh... Ja. Die hier hat mir dann... Durch das Rumgeirre hat. Das ist halt ein bisschen sehr lange gedauert manchmal. Aber... Upsa. War das hier ein Ausweg? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich fürchte nicht. Ich bin mir gerade unschlüssig. Nee. Toll, hier waren nur Hebel. Scheiße. Scheiße. Okay, sorry. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Was soll's? Was soll's? Irren wir ein bisschen herum. Und... Zack. Hey, komm schon. Hö! Hoch da. Danke. Uah! Oh, komm schon. Nein! Jetzt halte ich doch fest. Dankeschön. So. Hier runter. Dann... Hier längs. Das war ja ziemlich lange gegangen, indem wir dann entlang gegangen sind. Kanalisationsgang. Naja, wenigstens kenne ich den Rückweg ziemlich genau. Ich bin ja vorhin schon mal wieder am Anfang vorbei gerannt, sozusagen. Demnach weiß man mittlerweile so ungefähr, wo's lang geht. Ähm... Ja... Okay. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch schon mal fürs so lange Durchhalten und fürs so lange Zugucken. Es war natürlich alles ein bisschen langwierig. Und vor allem wahrscheinlich auch nervig, wenn ich hier die ganze Zeit immer wieder mich verlaufen habe. Und scheiße, da sind noch Wachen. Danke. Das will ich aber jetzt noch mitnehmen. Dankeschön. Warum sind die wieder hier? Ich dachte, ich hätte hier alle niedergeknüppelt. Doch nicht? Okay, hier geht's auf jeden Fall hoch. Genau. Hey! Komm schon! Halt dich fest! Okay, ich muss noch einen neuen... Das ist ein neues Maker. Den will ich nicht. Den will ich haben. Sehr schön. Danke sehr. Ich kann zwar nichts in die nächste Mission mitnehmen, aber den will ich trotzdem wieder haben. Hoppala. So. Ihr findet wichtige Links unten in der Videobeschreibung, deswegen checkt die am besten mal ab. Denkt ans Kommentieren und bewerten bitte. Ich kann mir vorstellen, dass diese Bewertung hierfür nicht sehr gut ausfällt, weil einfach langweilig und so. Aber ich würde mich trotzdem sehr über eine Bewertung freuen. Und hier bin ich wieder im Casino. Hehe. Ihr merkt schon, ich... Ja. Wie gesagt, eine Bewertung wäre trotzdem sehr nett. Ein Kommentar auch. Und sobald ich jetzt den Ausweg gefunden habe, ist es dann vorbei und geht beim nächsten Mal dann auch prompt mit der nächsten Mission weiter. Oh, schon leer. Schade. Die Tür ist zu. Die mache ich jetzt aber nicht mehr auf, weil ich da keine Lust zu habe. So. Das ist der Weg auf die Straße. Zwar verschlossen, aber das macht ja nichts. Moment, wir haben einen Restaurant aufschlüssel. Und zwar hier. Tadaa. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Mission. Vielen Dank für eure Geduld und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau, tschau. Na. Ui. Online-Não-Ab travek. Biggerich опять. Und jetztsee nochr. Shirin. Woo! Untertitelung des ZDF, 2020